Der Rosenheim-Cops-Schauspieler Matthias Messner ist tot aufgefunden worden. Freunde verabschieden sich mit traurigen Worten. Update vom 22. März Freunde von ZDF-Schauspieler Matthias Messner, die verzweifelt nach ihm gesucht hatten, haben bei Facebook traurige Worte in Großbuchstaben gepostet. Matthias wurde heute um 17 Uhr leblos ihr im Wald bei Pech-Tolzdorf gefunden. Wir konnten nichts mehr tun, schrieben sie am Mittwoch. Danke für eure Mithilfe, die Ratschläge, die starke Zusammenarbeit und eure guten Gedanken. Unterschrieben ist das Statement mit Matthias Familie, Freunde, Kollegen und alle Beteiligten, wie ein Polizeisprecher gegenüber fokus.de bestätigt, hatte die private Suchaktion zum Fund der Leiche geführt. ZDF-Schauspieler aus Rosenheim-Cops Tod aufgefunden, Polizei gibt Update Update vom 21. März 2019 Der vermisste ZDF-Schauspieler Matthias Messner wurde am Mittwoch tot in einem Wald aufgefunden. Bereits seit Sonntag wurde er vermisst. Der Schauspieler war unter anderem aus der ZDF-Erfolgs-Serie in Rosenheim-Cops bekannt. Am Donnerstagmorgen bestätigte die Polizei noch einmal gegenüber Kurier.at, dass eine Fremdeinwirkung beim Tod des 42-Jährigen ausgeschlossen ist. Es gibt keine Hinweise auf eine Gewalttat, so Polizeisprecher Raimund Schweiger-Lena. Nun sind die Ermittlungen wohl abgeschlossen. Eine Obduktion wurde nicht angeordnet. Ob es sich um einen natürlichen Tod oder um Suizid handelt, wurde nicht bekannt. Hinweis der Redaktion Generell berichten wir nicht über den Verdacht von Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existenziellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800-111-0111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-655-3000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de Die Polizei Dortmund ist währenddessen auf der Suche nach Lisa Hildebrandt. Die 18-Jährige und ihr Baby Maximilian werden vermisst. Vermisster ZDF-Schauspieler aus Rosenheim-Kops Tot aufgefunden Unser Artikel vom 20. März 2019 Wien Der Schauspieler Matthias Messner ist tot aufgefunden worden. Das bestätigte die österreichische Polizei gegenüber dem österreichischen Kurier. Messner war unter anderem durch seine Rolle in der ZDF-Erfolgsserie Rosenheim-Kops bekannt. Vermisster ZDF-Schauspieler Matthias Messner aus Rosenheim-Kops In Waldtürt aufgefunden Freunde, die nach dem Schauspieler gesucht hatten, sollen Messner am Mittwochabend in einem Wald nahe Perchtolzdorf in Niederösterreich Türt aufgefunden haben, heißt es in dem Bericht. Messner soll dort in einer Art Zelt gelegen haben. Nach den aktuellen Erkenntnissen kann eine Fremdeinwirkung als Todesursache ausgeschlossen werden. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem Kurier. Genauere Hintergründe zur Todesursache liegen bislang nicht vor. Ermittlungen vor Ort laufen noch. Video Rosenheim-Kops Schauspieler Schauspieler 42 Tütt aufgefunden Von dem 42-jährigen Matthias Messner fehlte schon seit Sonntag jede Spur. Am Nachmittag soll er mit einem Rucksack zu einem Spaziergang aufgebrochen sein. Am Abend sei er nach Angaben der Mitbewohner nicht zurückgekommen. Am Montag soll Messner dann nicht zu einer Theaterprobe erschienen sein. Freunde starteten große Suchaktionen nach Rosenheim-Kops. Darsteller Matthias Messner verwandte und Freunde meldeten Messner daraufhin bei der Polizei als vermisst und starteten selbst eine groß angelegte Suchaktion. Sie verteilten Flugblätter in der Stadt und riefen im Internet zur Mithilfe auf. Die Polizei suchte seit Wochenbeginn ebenfalls nach Messner. Bei der Suche sollen nach Angaben von heute.at auch zwei Hubschrauber und Hundestaffeln eingesetzt worden sein. Allerdings blieb dies ohne Erfolg. Für den Mittwoch hatten Freunde erneut zu einer großen Suchaktion aufgerufen. Mehrere Dutzend Menschen schlossen sich an. In der Folge dieser privaten Aktion soll der Schauspieler dann am Mittwochabend gefunden worden sein. Lesen Sie auch Thomas Gottschalk trennt sich von Thea. Frauke Ludowig hatte einen Verdachtsschock im Flixbus. Man masturbiert vor junger Frau. Die öffnet Jodelepp und macht dieses Beweisfoto. 16-Jährige lädt Handy. Während sie ein Bad nimmt, dann passiert die Tragödie. Meite Kelly Pack. Pikantes Detail über Ex-Freund aus. Noch immer fehlt von der 15-jährigen Rebecca aus Berlin. Jede Spur. Lesen Sie alle Informationen in unserem aktuellen Nachricht.